Was habt ihr getan? Ich habe etwas gespürt. Als würde sich der Boden verändern. Abgesehen davon, dass es vermutlich nicht der Boden war. Wirklich? Ihr habt es geschafft, zu ihm zu gelangen? Das... das hätte ich nicht für möglich gehalten. Der Tod dieses Dämons muss etwas geöffnet haben. Vielleicht... Vielleicht fügt sich jetzt alles zusammen. Ich kümmere dich darum. Das ist nämlich nichts. Geh! ARD Text im Auftrag von Funk 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 Es ist gut, das sofort zu erledigen. Es ist gut, was du zu bieten hast. Schon gut, schon gut. Willst du mir einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger am Nacken sitzen? Du wirst mir gehören, damit ihr mir nicht länger am Nacken sitzen müsst. Das ist doch ein Koffer. Aber selbstverständlich. Hey! Schön, euch wiederzusehen. Ich habe gerade an euch gedacht. Ist das nicht ein großartiger Zufall? Das ist meine Schwester, Gauldana. Das sind ihre Kinder. Und irgendwo laufen noch mehr herum. Endlich sind wir eine glückliche, große Familie. Ach, das sagt jeder über seine Verwandten. Aber ich war noch nie glücklicher. Ich bin voller Freude, meinen kleinen Bruder wiederzuhaben. Ich lasse ihn nie mehr aus den Augen. Es ist nichts Falsches daran, dass ich bei meiner Schwester lebe. Ich hatte bisher nie eine richtige Familie. Nun, Alistair, bleibt deine Freundin zum Abendessen? Sag doch ja! Gauldana kocht vorzüglich. Vielleicht macht sie uns ihre Fruchttörtchen. Wäre das wohl möglich? Natürlich, werter Bruder. Für dich immer. Wie könnt ihr so etwas über Gauldana sagen? Sie ist die Güte in Person. Ihr benehmt euch wirklich seltsam. Schön, wenn es euch Spaß macht. Ich... Es ist irgendwie verschwommen. Seltsam. Alistair, komm und trink etwas Tee. Nein. Wartet. Ich erinnere mich. Ein Turm. Der Zirkel. Wurde angegriffen. Da waren Dämonen. Mehr weiß ich nicht mehr. Heißt das... Meint ihr, das ist alles ein Traum? Aber er ist so real. Natürlich ist alles real. Wasch dir vor dem Essen noch die Hände und ich... Irgendwas fühlt sich hier nicht so an, wie es sollte. Ich glaube, ich muss gehen. Sie ist es. Aber auch wieder nicht. Nein. Er gehört uns. Und lieber sehe ich ihn tot, als ihn freizugeben. Sieht aus, als ob da jemand noch... Gordana? Goldana? Ich kann es nicht glauben. Warum habe ich das nicht früher gesehen? Ja. Erzählt bitte niemandem, wie leicht ich zu täuschen war. Gehen wir jetzt? Moment, wo geht ihr denn hin? Was geschieht mit mir? Hey!